So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge South Park Stick of Truth und, äh, Kenny hat seine Brüste gezeigt. Okay, wir sollten... Hier hoch? Können wir da nicht hoch? Nein, können wir nicht, okay. What are you looking at, pussy? Critter! Critter! I hope we don't get in trouble for this. wünschen beschnitten Alter, ich liebe Wattas du bist immer noch beschnitten Spinner wir können das gerne wiederholen, wenn du noch mal beschnitten werden möchtest viel Spaß sag ich da nur ah komm, beende ich dein Leid Alter, was ich für ne Rüstung jetzt hab Alter holy moly, was für'n Schaden ich jetzt drücke bitteschön erst mal alles zerschlagen mit Fettbarts Klinge ich seh' einen Schatz ich seh' einen Durchgang ich seh' einen Schaden who is douchebag that's sir douchebag to you and he's about to teach you some manners, bard okay, dann metzeln wir uns einfach durch die Ratten so, und du machst währenddessen Action ich liebe es läss' Ich werde ihn einschläfern müssen. So. Und dann lass ich dich bluten. Blute. Buddhas, hau einfach drauf. Warum schläft Buddhas immer? Ist nicht so geil, ne? Wenn man ausblutet. Kann ich mir nicht vorstellen. Acht brauche ich dafür, okay. Ja, die Blutung steckt ganz schön hart mittlerweile. So, Buddhas. Hau drauf. Die Blutung wird mittlerweile richtig wehtun. Der kann nix. Nein. Nein, ich werde nicht schlafen. Kacke, ne? Beschnitten und dann auch noch bluten. Blute. Tja, Beschneidung, ne? Die Blutung ist ours! Yay! Oh yeah. Rücke der Schwäche. Schön. Blute doch erstmal sein Zoom aus. Budhas, was hast du dazu zu sagen? Nichts. Was wohl seine Eltern dazu sagen? Bin ich mal gespannt. So, wegen meiner Köpfe. Ready, Sir? Yep. Der eine Ring. Wie geil. Wie schön. Ja. Drei. Für Ihre Heroic Deeds und Valiant Self-Sacrifice in the Great Battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. Okay. Sehr schön. Haben wir neue Punkte? Nein. Es ist spät. Geh nach Hause zurück, bevor du Hausarrest bekommst. Okay, das sollten wir schnell machen. Wenn ich bedenke, dass die Kinder sich immer noch verstecken... Hallo, Mrs. Cartman. Ich renne ja schon. Und weiter geht's. Ja, ich will ja nach Hause. Hier wohnen wir, oder? Nein. Ich wohne neben Butters, genau. Leroy Stotch. Well, there he is! You make any new friends, sweetheart? Nothing to say, huh? What a surprise. It's late, sweetie. Go on up to bed, and I'll be there to say goodnight. Dad, ich hasse dich! Der ist echt kacke, der Typ. Ab ins Bett. Ich seh so komisch aus. Warum wusste ich, dass jetzt Außerirdische kommen? Und wo ist überhaupt Chefkoch? Und wo ist überhaupt Chefkoch? Das war als Kind halt genau vor sowas meine schlimmste Albträume. Außerirdische. Ich bin wieder so komisch. Ich bin wieder so komisch. Okay? Ich bin so komisch. Okay? Was passiert? Oh! Jesus! Jesus Christ! Oh! Kann ich versuchen den großen, schluckig wieder? Oh! 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 Nyaaaaah! Bitch! Fuck. Oh, uh... Okay. Hä? Was kann ich damit tun? Ah, ich verstehe. I'm surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. Craig is your singer. Ähm. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Ich probier's mal mitschießen. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Ich probier's mal anders. What the fuck, man? Ich verstehe es nicht. Tut mir leid, Randy. Schau da mal ab. Komm her. Komm her. Komm her. Nimm's mit euch allen auf. Mu, mu. Okay, beschneide ich die Aliens. Mu. Mu. Blutist? Da kannst du ja gerne ein Schild haben. Okay, der ist hinüber. Mu. Mu. What the fuck? Ich komm noch nicht durch. Okay, beschneiden wir dich. Jetzt stirb. Ich muss die loswerden. Fuck. Keine Mana mehr. Hm. So, jetzt mal ein bisschen was hiervon. Komm. Sehr gut. Ich muss mit meinen Stacks arbeiten. Ja, sehr gut. Mit Blutung. Der will sich jetzt heilen. Nee, wird er nicht. Dann hau rein. Wo ist mein Equipment eigentlich? Oh, ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab mich nicht geheilt. Okay, Junge. Du oder ich. Boah, 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 Boah. Mo, 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 mo. Hoo. Haben wir noch irgendwas, was ich unbedingt angelegt haben muss? Okay, da oben hätte ich auch mitarbeiten können. So, ich geh mal hier rein. Erstmal die ganzen Scheiß-Nach-Alien-Dinger kaputt machen, was auch immer. Was passiert, wenn ich beide kaputt mache? Das könnte ich bei Randy probieren. Probieren wir es. Okay, Randy. Das ist so unlogisch. Naja, wieso komme ich auch mit Logik, ne? Bei South Park. Ähm, Leute, ich mache einen Schnitt und ich gucke aufs Gehen weiter. Okay? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.